Der Käpt'n hat die neue fang- und erfolgversprechende Stelle angesteuert und das DEX-Personal wartet auf, dass der Befehl klar bei Drift sank, der gleich laut und vernehmlich erschallen wird. Klar bei Drift Sack. Die sind nicht raus. Jetzt wird der Rückwärtsgang eingelegt. Drift Sack raus, Drift Sack wird ins Wasser gelegt und mit dem Rückwärtsgang. Jetzt hat er sich geöffnet, wird die Maschine abgestellt und wir können los angeln. Drift Sack